Wir sind in Krefeld. In den Hauptbahnhof drückt 01166 einen Sonderzug nach Heidelberg. Die Baureihe 0110 ist die schwerere Schwester der 013. Auch sie trug einst eine Vollverkleidung. Nach dem Krieg entstromt und Mitte der 50er Jahre mit dem neuen Hochleistungskessel ausgestattet, war die Baureihe 0110 die Schnellzugdampflok bei der Bundesbahn überhaupt. 1975 fährt die letzte 0110 im Plandienst. Wie es der Zufall wollte, war es 011066, heute Museumslok der Ulmer Eisenbahnfreunde. Untertitelung im Auftrag des Zufalls Untertitelung im Auftrag des Zufalls Der Zug ist auf dem Weg nach Heidelberg. Ab Köln-Bonn führt die Fahrt links in die Köln-Bonn. Linksreinisch Richtung Süden. In Rehmagen wird ein Betriebshalb eingelegt. Der Aufenthalt in Rehmagen dauert nur wenige Minuten. Ausfahrt für den Dampfschnellzug. Untertitelung im Auftrag des Zufalls Untertitelung im Auftrag des Zufalls Der Aufenthalt in Rehmagen. Der Aufenthalt in Rehmagen. Der Aufenthalt in Rehmagen. Untertitelung des ZDF, 2020